Ich bin Daniel Klemm und ich habe fünf Jahre für den Verfassungsschutz gearbeitet. Sie haben alles in Auftrag gegeben und entschieden. Aber ab heute entscheide ich. Ich suche einen Fernseher. 50 Euro, stabiles Teil. Ja, das ist nicht so mein Ding. Ja, aber wenn du das Teil kaufst, dann ist das dein Ding. Arabische Produktion, vertraue mir. Ich gebe dir Garantie, sechs Monate. Du bist mir sympathisch, du kriegst zwölf Monate Garantie. Du willst kaufen, wa? Ist nichts kaputt. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Aber ich verstehe auch nicht. Kannst mal, kannst mal, ist gut. Nicht Bord, guck mal, ist aus dem Bauch. Wie ist es? Nicht mit Druck. Bei uns im Dorf sitzen die so zehn Stunden. Das ist so. Und ihr guckt immer zu, wenn ihr arbeitet? Warum versteckt ihr eure Handys? Vor zwei Wochen wurde ein Bruder von uns in Nürnberg festgenommen, nur weil er beim Islamunterricht war. Ich brauche Informationen. Und deine drei neuen Freunde. Warum kommst du jetzt hierher? Hast du keine eigene Familie? Keine Freunde? Hau ab. Hau ab. Wir haben alle ne Vergangenheit. Ich hab auch ne Vergangenheit. Aber ans Leben muss weitergehen. Hey! Atze! Ihr wolltet doch so ne Bilder nicht mehr aufhängen hier! Vom Kindergarten, Mann! Bist dabei? Er ist jetzt wie Arsene Lippen, Robin Hood, Superman, Clark Kent, Batman. Er ist der neue Held. Wanne Klempf, Mare Strasse 41. Bin ich, was ist? Andruntermann! Mach's ruhig! Entweder ich krieg die Informationen, oder wir tauschen dich aus.